Haben Sie heute auch schon gesummt? Unter der Dusche, im Auto, auf dem Weg ins Büro? Ja? Dann sind Sie bereits mitten in Ihrem Stimmtraining. Summen ist eine besonders effektive Übung. Sie schenkt Ihrer Stimme Resonanz und sie bringt sie in Ihre Stimmkraft, in Ihre Mitte. Warum das wichtig ist? Die Stimme transportiert Ihre ganze Persönlichkeit. Ob bei einer Rede, einer Präsentation, einer Moderation, einem Meeting, am Telefon oder in einem Kundengespräch. Die Stimme sagt, wer Sie sind und verrät, wie es Ihnen geht. Ich bin Heilwig Pfanzelter. Ich bin Moderatorin, Stimm-, Sprech- und Auftrittstrainerin. Und ich zeige Ihnen, was stimmlich in Ihnen steckt und wie Sie Ihre Persönlichkeit zum Klingen bringen. Denn Persönlichkeit ist hörbar.